Mein Name ist Alberto Krater, ich bin 56 Jahre alt und ich bin Projektleiter in der Informatik der Power4R AG seit dem 1. November 2021. Als Gesamtprojektleiter bin ich verantwortlich für die Ablösung des ERP und 111-Systems. Die Aufgabe beinhaltet, dass ich unsere Anforderungen zusammen mit dem Projektteam spezifizieren und sorgen, dass Termine und Kosten in diesem Projekt unter Kontrolle bleiben. Ich finde die Aufgabe ist natürlich sehr spannend und interessant, dass wir die IT-Landschaft und die Prozesslandschaft der Power4R AG für die Zukunft ausrichten. Wir haben ein Projekt, das zwei Jahre dauert und wir betrachten jeden Bereich und jede Abteilung der Power4R AG und sind betroffen von dieser Einführung. In meiner Freizeit bin ich gerne von aussen unterwegs, ich jogge, bin mit dem Velo unterwegs, im Winter auch mit dem Langlauf-Ski oder mit dem Abfahrtsski und besonders gerne in den Bergen und heute Dolomiten sehr speziell. Vielen Dank.